Eine 25 Mann starke Gruppe von Feuerwehrmännern in Kalifornien erlebte eine mehr als nur nette Überraschung, als sie in einem kleinen Restaurant eine kleine Pause von ihren Einsätzen bei Waldbränden machte. Sie aßen und tranken etwas, um sich von ihrer schweren Arbeit erholen zu können und etwas Kraft zu tanken. Als sie die Rechnung bezahlen wollten, sagte ihnen die Bedienung, dass diese bereits gezahlt worden sei. Die Summe der Rechnung betrug 405 Dollar und wurde inklusive 50 Dollar Trinkgeld von einer Frau, die anonym bleiben wollte, beglichen. Aus Dankbarkeit für ihren schweren Einsatz der Feuerwehrmänner zahlte diese nicht nur die Rechnung, sondern bestellte ihnen auch noch einen Nachtisch für insgesamt 100 Dollar. Die Feuerwehr zeigte sich dankbar und postete das Foto der Rechnung auf Facebook. Und dazu schrieben sie, es ist uns eine Ehre, dem Menschen der Gemeinde zu dienen und zu helfen. Dankbarkeit ist eben am schönsten, wenn sie unverhofft kommt.